Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Limbo. Weiter geht's in der Verfolgung von der Spinne. Die immer noch nicht locker lässt. Ja, renn junger, renn. Jetzt muss ich warten bis sie hier drauf steht oder wenn ich das richtig sehe. Yes, ok. Weiter, 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 weiter. Komm schon. Jump. Das ist schrecklich, wenn die mich verfolgt. Ähm. Hehehe. Stirb. Oh, danke sehr. Uh. Gut. Ich glaube oder ich hoffe es, dass es das mit der Spinne war. Die ist schrecklich. Und das Spiel ist ziemlich mies. Ich weiss immer noch nicht, was unser Ziel eigentlich genau ist. Was haben wir vor? Wo gehen wir hin? Wer sind wir? Wieso ist alles so dunkel? Schwarz und weiss. Häheheheh. Nope. Okay. Sie lebt noch halb Okay, was kann ich damit machen? Okay. Einfach den Arm ausgerissen. Why not? Dann schiebe ich halt jetzt den Spinnentor so herum. What the fuck? So hässlich. Aber dann war es, als wenn ich es ein für allemal so. Okay, die Spinne ist tot. Aber was jetzt? Komm ich damit da drüben hoch? Okay. No! Ich bin halt nochmal gesprungen, ne? Und wer ist jetzt das? Was hat der eine Lampe auf dem Kopf? Shit. Komm. Einfach über Leichenspringen. Woher kommt der? Wer war das? Es war so klar. Es war so klar. Ich glaube, ich musste eine Leiche mitnehmen von unten und die rüberschmeissen. Damit die Falle dort auslöst. Und ihn zerquetscht und nicht mich. Was da ziemlich makaber ist. Aber geht ja nicht anders. Was ist das jetzt? Das sind irgendwelche Würmer, die mich fressen wollen. Da kommt doch gleich noch ein grösser Wurm. Ich sehe das schon kommen. Boah, Junge! Ich bin so erschrocken. Wie kommt man da durch? In die Mitte stehen vielleicht? Okay, I see. No! Das war jetzt zu weit. Ich sehe schon. Die Entwickler sind schlau. Oh, fuck! Ich fühle mich so verarscht. Junge! Hier darf man nicht in die... ...Kuben... ...Kufen... ...Gruben... ...laufen. Und da muss man dann... Ey, das ist so mies. Shit. Ja, ich bin sowieso schon tot. Hä? Aber sonst sterbe ich ja, wenn ich da runtergehe. Was ist das? Shit. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich fühle mich so verrascht von diesem Spiel. Was ist das? Woh! Kann ich die Leiche dort... ...vielleicht... Oder muss ich wieder zurückspringen? Okay! Nein, ich habe es vertauscht. Okay, da darf man nicht auf die Platte hin, damit. Oh! Danke. Junge! Das Game. Das verarscht mich so sehr. Ich werde da so viele Stunden brauchen. Oder soll viel mehr als andere Spieler, weil ich die ganze Zeit diese Spiele nicht verstehe. Okay, für was braucht man hier den Wagen? Okay. 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 Soll man dann unten greifen? Okay. Schnell! Okay. Okay. Oh, no, 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 no. Oh, pfff. Ich glaube, ich habe es nicht gebeten. Was ist das denn? Und wo ist es hin? Oh, shit. Was passiert da? Irgendwie stört er sich jetzt von selbst halbwegs. Hä? Kämpf dagegen an! Junge! Nicht ins Wasser! Okay, ich hätte die Kiste ins Wasser öffnen sollen. Hä? So hässlich. Kiste ins Wasser, damit wir dort nicht sterben. Links! Ich weiß, du möchtest links laufen. Nee! Wasche Taste erwischt! Ja! Wasche Taste erwischt! Halt! Halt! Dagegen! An! Irgendwie sind das solche komischen... Würmer, die unsere Gedanken vielleicht kontrollieren können? Oder I don't know. Oder I don't know. Reicht das so? Muss ich die Kiste ins Wasser werfen? Muss ich die Kiste ins Wasser werfen? Kann das halt schon sein, oder? Okay. Hä? Okay, ich glaub ich hab's. Die Kiste zu den Würmern werfen. Also schieben. Dann hochklettern, in der Hoffnung, dass die den Wurm rausziehen. Ich glaub das ist die Lösung. Das ist, glaub ich, die Lösung. Zeräte sind nicht grade einfach. Wie ich finde. Das ist, glaub ich, die Lösung. Zeräte sind nicht grade einfach. Danke. Puh. Okay. Gut. Ich würd' sagen, das war's dann wieder für die heutige Folge von Limbo. Vielen Dank fürs Zuschauen und... Bis dann beim nächsten Mal. Und schauen wie es weitergeht. Tschüss.